Hallo, ich bin Monika. Ich bin 46 Jahre alt und ich liebe das Meer und seine Bewohner. Wolltest du schon immer einmal für eine Woche die Seele und auch mal die Füße baumeln lassen? Wolltest du schon immer einmal Wale und Delfine in ihrem Element live erleben, sie beobachten, von und über sie lernen und dich von ihrer Lebensfreude und Leichtigkeit anstecken lassen? Wolltest du schon immer einmal Sonnen auf und auch Untergänge am oder auf dem Meer genießen und dich von sanften Wellen in den Schlaf wiegeln lassen? Dann komm mit nach Teneriffa und segle mit mir und anderen Gleichgesinnten zwischen den Inseln Teneriffa und Lagomera. Wir meditieren am Morgen und am Abend und tagsüber halten wir Ausschau nach den Walen und Delfinen und lassen ihnen die Entscheidung, näher an unsere Yacht zu kommen oder eben nicht. Wir starten im Süden von Teneriffa, segeln dann an der Südküste von Lagomera einmal hin und einmal her, segeln auch noch in den Norden Teneriffas und genießen die Abende in kleinen Örtchen oder in einer Marina oder in einer malerischen Bucht. Wir informieren uns in Las Veltas bei Oceano intensiv über die Meeressäuger und wir können mit Taucherbrille und Schnorchel die Unterwasserwelt der beiden Inseln erforschen. Wenn du das alles erleben möchtest, dann komm mit zum heilmeditativen Segeln auf die Insel des ewigen Frühlings nach Teneriffa. Die Wale und ich freuen uns auf dich. Weitere Infos findest du auf meinem Blog www.waleunddelfine.de Herzliche Grüße, Monika Was Hann Da